5 Dinge, die dir beim Vanlife keiner zeigt. Man kennt von Instagram, TikTok und Co. die perfekten Stellplätze. Es sieht einfach immer so traumhaft schön aus. Grund Nummer 1, man kommt täglich mit seinem Geschäft in Kontakt, ob man möchte oder nicht. Weil die Toilette reinigt sich nicht von alleine. Kaltes Wasser bei warmen Temperaturen ist nicht das große Problem. Dennoch hat man im Van natürlich nur begrenztes Wasser. Wir haben einen 40 Liter Kanisten. Der muss sowohl zum Spülen, als auch zum Duschen, als auch um sich zu waschen herhalten. Grund Nummer 3, im Van ist es immer dreckig. Es kommt immer neuer Sand dazu. Das heißt, man muss ziemlich schaffig sauber machen und hat immer Sand an den Füßen. Grund Nummer 4, die ewig langen Stellplatz suchen. Denn das, was man auf Instagram sieht, sind meistens nur die Endresultate nach langen, stundenlangen oder tagelangen Suchen. Und Grund Nummer 5, das Abwasser entlernen. Das kann auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und geht natürlich nicht so schnell wie zu Hause einfach in den Abfluss. Und genau deswegen sind hier...